In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hey ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe wieder mal fertig aus. Also ich bin ungeschminkt und deswegen sehe ich fertig aus. Heute finde ich mich schon etwas besser. Gestern war mein Bauch total hart den ganzen Tag. Aber das sind ja jetzt Übungsthemen und das ist total normal. Ich bin jetzt in der 36. Woche und ab jetzt geht es... Also wenn Lia nach einer Woche auf die Welt kommen möchte, dann kann sie nicht kommen. Dann ist sie keine Frühgeburt mehr. Wir waren gerade bei Kaufleihzeit. Ich mache kurz was wir gekauft haben. Und zwar einmal Taschentücher. Dann hat auch sie Chips geholt. Und dann habe ich einmal die hier. Ich weiß nicht, seit meiner Geburt mit Lina mag ich irgendwie keine Chipsen. Also nur ganz geil. Oh scheiße. Dann haben wir hier Brot. Ich habe kein Gemüse gekauft heute, weil wir haben noch Brokkoli und Aubergine. Das wird es dann heute Morgen geben. Dann hat Lina hier einmal ein Kakao bekommen, das sie aber nicht getrunken hat. Dann haben wir für Lina Joghurt mitgebracht. Wir nehmen eigentlich immer entweder das oder die Fruchtzwerge. Das kommt halt an. Willst du eins essen? Ja. Ja, dann nimm dir mal einen Löffel. Welche Farbe willst du? Rot, pink? Pink. Pink. Sie steht momentan voll auf pink. Genau. Da haben wir 31 Euro ausgegeben übrigens. Hier haben wir noch Getränke gekauft. Hauptkuchen im Auto. Dann Schifflina. Alles Gutschatz. Danach Banane. Und Schifflina Trinkkättchen. Das war es auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Weil die gesagt haben, die haben noch Gemüse zu Hause. Das soll erstmal verkauft werden. Dann, was ich euch zeigen wollte. Moment. Wir haben unser Zimmer jetzt hier gestern entrumpelt. Mit all that. Ja. Nein. Deine Augen sind rot. So, ich muss das jetzt so zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier Dinas Pampers hingestellt. Hier kommen dann die, wie heißt das, Feuchttücher hin. Die Boxen sind beide leer. Genau. Und hier liegt alles Mögliche rum, ehrlich gesagt. Das sind Sachen, die wir... Oben sind Sachen, die wir ab und zu benutzen. Danach ganz links die Tüte. Da sind die Sachen von der Hebamme drin, die ich jetzt sammle. Die ist auch schon fast voll, die Tüte. Und hier sind dann auch noch Konserven, Dosen und Spülmittel und alles Mögliche drin. Da ist mein Bügeleisen. Mein Bügelbrett. Tüten zum Einkaufen. Ja. Und unser Sturmsorger. Das ist übrigens unser neuer Teppich. Den habe ich euch gar nicht gezeigt. Der ist so, so schön. Das sieht man jetzt nicht. Aber wir müssen... Ja, das passt hier nicht mehr. Das müssen wir jetzt aber erst mal... Also dieses Wohnzimmer müssen wir erst mal tiptop sauber machen. Mob machen und so. Und dann können wir das auslegen. Ja. Ich werde auf jeden Fall später kochen. Aber jetzt wird erst mal die komplette Wohnung sauber gemacht. So ihr Lieben, ich nehme euch jetzt mit. Wie ich hier die Wohnung entrümpel ein bisschen und aufräume. Und ihr könnt da zuschauen. Nina, bringst du kurz mal hin, Schatz? Telefon, schau mir. Ich komme da. Ich komme da. True to love I love it Crank it up Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this Break it down like this We got this Join in You better grab that tambourine Bring a base, we might be wicked We may be forced to cause a scene Make some trouble, baby Ooh, I live it That's my true to love True to love Ooh, I love it Crank it up, baby Turn it up, turn it up On a higher level Turn it up, turn it up We got this We got this On a higher level We got this On a higher level We got this Don't hurt me Don't hurt me Don't hurt me We got this 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 Ich habe ihn jetzt fertig gemacht, auch der droht uns jetzt ab und mein Akku ist tot. Ich habe nur 17 Prozent, toll. Ja, ich habe meinen Akku bei meiner Mama vergessen, deswegen konnte ich auch nicht mehr von dem Putzen aufnehmen, ehrlich gesagt. Ja, auch der droht uns jetzt ab, dann fahren wir in die Arkaden, weil später ist er ja wieder weg. Willst du das anziehen? Ja. Ja, dann zieh das an. Genau, ich suche gerade mein Portemonnaie, was ist das? Ja, mal schauen, was wir heute holen. Ich nehme mal den Müller-Gutschein mit, wir haben hier so einen 5-Euro-Gutschein bekommen von Müller. Und dann gehen wir auch eins runter. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause mittlerweile. Ich habe heute auch nicht gekocht oder so. Also wir haben das Essen von gestern gegessen mit Lina und auch der hat sich sowieso draußen Nudeln gekauft. Oh! Ich wollte mal kurz ein Thema ansprechen, was momentan einige Mütter interessiert, da Lina immer noch nicht in den Kindergarten geht. Leute, es liegt nicht in meiner Hand, dass mein Kind noch nicht in den Kindergarten geht. Sie ist momentan auf der Warteliste. Mich stört es nicht. Mir ist es sogar lieber, wenn Lina erst im Januar oder im Februar in den Kindergarten geht, weil ich will nicht, dass mein Kind denkt, Lina ist jetzt da und ich werde abgeschoben. Und ja, Kinder verstehen sowas. Dann, noch ein Thema, was mich nicht aufregt, aber wo ich die Kommentare lösche. Und die Kommentare habe ich jetzt auch so in die Spamliste getan, weil ich nichts mehr darüber lesen möchte. Und zwar geht es um Linas Sprache, dass Lina noch nicht in den ganzen Sätzen sprechen kann. Leute, jedes Kind ist anders, wie wir Menschen. Der eine kann besser singen, der andere kann besser zeichnen, der andere hat ein besseres Gedächtnis. Ja. Hi. Und ich verstehe mein Kind, der Rest kann euch scheißegal sein, ehrlich. Solange der Kinderarzt mir nicht sagt, ihr Kind spricht scheiße, ihr Kind kann nichts, hat kein anderer was zu kamellen. Und bis jetzt haben wir nur drei solche Kommentare bekommen, innerhalb fünf Monaten oder so. Aber wenn die kommen, dann tut ihr so. Ich spreche jetzt die drei Damen an, die das geschrieben haben. Aber ihr tut so, als ob ihr voll die Ahnung hättet. Macht es bei eurem Kind, wie ihr es haben, wie ihr es machen wollt. Aber ihr habt mir nichts zu sagen, was ich mit meinem Kind tun soll oder... Ja, warte kurz. Was ich mit meinem Kind zu tun habe und was nicht. Ich weiß, was für mein Kind am besten ist. Wir üben jeden Tag und der Rest kann euch wirklich scheißegal sein. Dann kümmert euch um euer Leben. Wenn euch das stört, dass mein Kind nicht sprechen kann, dann schaut gar nicht unsere Videos oder spurt vor. Ja. Nein. Sonst gehen wir jetzt schlafen. Ja, ich verstehe mein Kind, Audet versteht unser Kind. Und wie gesagt, der Rest kann euch scheißegal sein. Ja, und solange... Das ist genau die Sache wie mit dem Frauenarzt. Du darfst keinen Kaffee trinken, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Wer seid ihr, dass ihr über unser Leben bestimmt zu sagen habt, was ich jetzt tun muss? Ja, weil du musst jetzt unbedingt zum Kinderarzt und ein Rezept für die Sprachentwicklung nehmen. Dein Kind spricht einfach viel zu schlecht. Mein Kind spricht, also wächst mit drei Sprachen auf. Was denkt ihr denn? Das ist das Leichteste für das Kind. Deswegen, solche Kommentare könnt ihr euch sparen. In Zukunft werden die Kommentare sowieso automatisch von YouTube gelöscht, weil ich das, wie gesagt, in die Spamliste gesetzt habe, die Wörter. Und ja, ihr könnt jetzt auch schreiben, was ihr wollt. Das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Mich regt sowas nicht auf. Ich finde es nur schade, dass solche Mütter kommen und anderen Müttern was vorschreiben wollen. Ich finde es einfach schade. Ich bin niemals so eine Person, die sagen würde, hier, hör mal, du musst dein Kind so und so erzählen oder du musst jetzt das und das machen. Ich würde auch, wenn man mir nach meiner Meinung fragt, wenn eine Mutter zu mir kommt und sagt, Emel, wie würdest du das machen? Ich sag, hör mal, ich würde es so machen, aber wie du es machst, ist dir überlassen. Du weißt, was am besten für dein Kind ist. Und das ist auch das Wichtigste, dass ihr das sagt. Und nicht, dass ihr irgendeinen Scheiß labert und versucht, die Mutter irgendwie oder irgendwas schlecht zu reden. Haltet einfach eure Klappe und gut, ist ehrlich. Tut nicht immer einen auf. Ich weiß alles besser. Du bist das erste Mal, Mutter. Ich habe fünf Kinder erzogen. Ja, dann hast du fünf Kinder erzogen. Aber so eine Mutter wie du würde ich nicht haben wollen. Die andere Mütter versucht schlecht zu machen. Ja, jetzt habe ich meine Mut rausgelassen. Die Wut ist nicht gegenüber diesem Kommentar. Die Wut ist einfach nur, dass sich jemand das Recht nimmt, über meinen Kind irgendeinen Scheiß zu schreiben. Ihr könnt über die Videokalität, über alles schreiben, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, Emel, deine Kamerakualität ist scheiße. Deine Vlogs sind momentan langweilig. Dagegen habe ich nichts. Aber sobald ihr mein Kind angreift, mich angreift oder meinen Mann, also meine Familie, dann ist es bei mir vorbei. Da habe ich keine Gnade. Und da blockiere ich euch auch. Da braucht ihr auch nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen und dann auf einmal einen auf nett zu tun. Ich merke mir die Laren, Leute. Also ich bin kein dummer Mensch. Und sobald ich weiß, okay, diese Person hatte mal einen schlechten Kommentar abgelassen. Oder mehrere. Und jetzt auf einmal liebt sie unsere Vlogs und schaut uns jederzeit und unterstützt das, was wir machen. Das ist nicht authentisch für mich. Also ich habe euch gesagt, die Sachen, die ich nicht brauche, werde ich verlosen. Die Sachen, die unbenutzt sind, werde ich wirklich verlosen. Aber nicht an solche Leute wie ihr, die so hinterhältig sind. Mal so, mal so. Das finde ich sehr, sehr schade. Das musste jetzt mal ausgesprochen werden, weil ich lösche jetzt momentan. Das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Es ist so, ich lösche die Kommentare. Das waren wirklich bis jetzt nur drei Stück. Und ich lese mir nur die ersten zwei, drei Zeilen durch. Das sind immer solche Texte, die diese Mütter da schreiben. Ich weiß auch nicht mal, ob das Mütter sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das von einer normalen Mutter kommt, dass die der anderen Mutter was vorschreibt. Ja. Vor allem, ich würde niemals mein Kind mit einem anderen Kind vergleichen, weil das wird und macht euer Kind nur unglücklich. Ich kenne das von mir, ich kenne das von meinen Brüdern, ich kenne das von meinen Cousins, Cousinen, von allen. Sobald du dein Kind mit einem anderen Kind vergleichst und sagst, Nina, hör mal, unsere Nachbarin hat eine 2 geschrieben. Warum schreibst du eine 3 und sie eine 2? Warum? Wie fühlt sich das Kind dann? Scheiße. Ich würde mich auch so fühlen, wenn mein Mann sagen würde die ganze Zeit, Schatz, guck mal, keine Ahnung, das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Frau von dem und dem kocht total lecker und du kannst seit 4 Jahren immer noch nicht kochen. Das ist voll, das ist einfach voll erniedrigend, finde ich. Und das würdet ihr auch nicht wollen. Deswegen vergleicht eure Kinder niemals mit anderen oder andersherum. Behalte das einfach für euch und gut ist. Ich nehme euch auf jeden Fall morgen mit. Also gleich geht es weiter. Morgen fahren wir angeblich nach Leverkusen zur Action. Ich bin mal gespannt. Oh, der mag den Laden eigentlich nicht, aber er hat es mir versprochen. Also bis gleich. Ja, Schatz. Lina, du hast gerade geduscht. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Keine Süßigkeiten mehr, Schatz. So, ja, wir müssen jetzt bei Action und Kao von einiges ein. Das ist, was wir brauchen. Gut, hier sind frischöne Weihnachtssochen. Sollen wir auch Weihnachten feiern? Ja. Schatz, voll schöne Sachen, ne? Es gibt doch diesen Dingens, der tanzen kann. Ist das das? So, wenn ich mit dir... Ah, Schatz, erinnerst du dich, das hatten wir auch? Was ist das? Ich weiß nicht mehr, wir hatten diesen Baum. Ach so, diesen Baum, ja. Der war aber ist schön, ja. Gerade halten, bitte. Naja, zwei Wege lang, ja. Naja, komm, komm, komm. Vorsicht, Lina. Lina, das tut einem nicht. Muss du den Blinker raussetzen, dann spring ich schon in die Surseite. Ne, dann wollen Sie noch schmerzen, das Geld. Ah, ne, also so gut sind wir doch nicht. Nein? Okay, dann haben wir Glück gehabt. Na, jetzt. Das tut da kein Bein drin. Ja, das stimmt. Ja, und in den zwei, ne? Au, ist ja egal. Dann machst du nichts falsch. Nee, nee. Nina, sag... Ja, Mann. Ich wollte grad sagen, Nina sollen wir für die Schutter mitnehmen. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Hier, guck mal, du kannst aufnehmen. Ah, tipp. Schatz, brauchst du auch Schuhe? Vielleicht kommt das bei den Kindersachen. Marina schämt sich gar nicht zu reden. Sie ist gar nicht schwisch. Wir hatten dafür voll viele geholt. Weißt du noch? Ja, das darfst du aber jetzt nicht aufmachen, du musst warten. Marina, du musst nach vorne gucken. Das ist kaputt. Wow, das ist Geschenkpapier, oder? Nein, das machen wir für Bürste. Ja, da machen wir. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren spazieren, Sushi essen. Und meine Sushi war vegetarisch, bevor jetzt wieder irgendwelche Kommentare kommen. Oh, das auch. Aber das kann immer noch nicht mit dem mithalten, wo wir immer Sushi essen gehen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir gekauft haben. Also erstmal haben wir diese Kiste gekauft für Linas Legos. Und dann haben wir für Linas Geburtstag die zwei Ginger geholt. Ich mache das jetzt nicht auf, nein. Das sind dann mit Gepsel, mit Gepsel, mit Gepsel. Und dann zwei davon sind auch mit Gepsel. Momentan kommen nur zwei Kinder, deswegen. Dann habe ich Handschuhe mitgenommen, 100 Stück jeweils. Also zweimal, die waren jetzt total günstig da, für drei Euro noch was. Dann hat Audet für sich, also Audet liebt ihr Kerzen. Riecht mal voll lecker. So, wir werden das gleich anmachen. Audet hat diese Kerzen mitgenommen für jeweils 1,99. Die halten wohl 30 Stunden vor sich, das ist Glas. Ja, zweimal Vanille. Dann haben wir auf jeden Fall zweimal Geschenkpapier. Die kosten auch nur 52 statt 62 Cent. Das ist jetzt auch von Elsa. Das kommt aber alles hoch, damit sie das nicht anpackt. Dann haben wir so einen Collegeblock, liniert mitgenommen. Dann habe ich für die eine Kekse mitgenommen. In Elsa-Style. Und was ich cool finde an denen, dass sie so einzeln verpackt sind, aber es ist perfekt hier draußen zu mit dem Achieve. Ja. Also ich finde das perfekt für das Kindergarten oder... Oh, die riechen voll lecker. Nach Butterkeks. Also das kriegt ihr bei Action. Da hat auch sehr frischig diese Mandanillas mitgenommen. Der liebt hier ja. Das kriegt ihr auch mittlerweile. Dann haben wir für Geburtstag noch diese Becher hier mitgenommen. Dann haben wir jetzt direkt zwei Packungen genommen. Dann einmal Paketband. Dann für das Geschenk verpacken einmal das hier. Das hat sich jetzt auch ausgesucht, aber ich finde, das passt perfekt zu dem Geschenkpapier. Dann einmal Venus. Ich kaufe hier aber die beim GM, aber da waren die jetzt günstiger. Dann einmal diese Kerzen für die Torte. Und dann werden sich noch diese Erdnüsse mitgenommen. Die das auch in die Verpackung ist bis oben hin voll. Also das sind 400 Gramm für 1 Euro oder so. Dann haben wir hier die Einladungskarten. Die haben auch nur 52 Cent gekostet. Also wenn ihr Partysachen sucht, dann geht auf jeden Fall zur Action. Dann haben wir hier Servietten. Das sind jetzt 30 Stück. Krass, ne? Das ist schon viel. Für 99 Cent oder so. Dann haben wir zweimal die Nummer 3 geholt, falls eins kaputt sein sollte. Genau, einmal in Roségold, einmal in Silber. Dann einmal diesen Zimmerduft. Das ist jetzt in der Bononie und... Auf jeden Fall riecht das sehr, sehr gut. Und das. Das ist dann fürs Badezimmer. Ja, das war es auch ehrlich gesagt. Wir haben insgesamt 45 Euro, ne, 46 Euro ausgegeben. Aber ich muss dazu sagen, nur die 2 haben schon 6 gekostet. Dann die 2 Kerzen, 4 und... Also für Linas Sachen haben wir am wenigsten bezahlt. Und hätte ich jetzt die Sachen... Übrigens gab es leider keinen Teller. Die Teller muss ich dann aus dem Internet oder so bestellen. Ja, Schatz. Willst du auch schlafen? Nein, Schatz. Wir spielen jetzt ein paar Spiele und danach gehst du auch gleich schlafen. Ich muss auch kochen noch, ne? Wir haben zwar draußen gegessen, aber nicht viel. Genau, für Linas Sachen habe ich jetzt nicht viel bezahlt. Die kommen jetzt auch hoch, weil ich nicht möchte, dass sie bald spielt. Ich habe voll vergessen, das alles zu zeigen hier. Und zwar haben wir bei Rewe einmal Bad Bän geholt, für Lina. Und ich bin ja ein Mensch, der wirklich sehr, sehr selten Obst isst, weil ich immer meine Augen jucken, meinen Mund juckt. Und da haben wir jetzt das hier gekauft. Das in der Mitte ist eine Vanillesauce. Dann war hier Ananas drin, Honig, Melone... Nee, sorry. Melone, Ananas, Honig, Melone und Apfel. Und das kann man dann dippen und da ist auch so ein Ding dabei. Die Gabe ist teuer. 2,50 Euro, das gekostet, aber Leute. Ich esse nie Ananas und das hat so gut geschmückt mit der Vanillesauce. Ananas soll ja gut sein, damit man abnimmt. Aber mit der Vanillesauce legt man traftig, deftig noch einmal einen zu. Also das ist richtiges Deutsch, nein. Naja, egal. Dann, bei Ernstenswerger hat momentan 30% auf alles. Ich habe Lina jetzt einmal Strumpfhosen gekauft, also 2 Stück. Eigentlich wollte ich für Lina welche kaufen. Jetzt wurde es doch was für Lina. Genau, einmal das. Einmal mit so einem Einhorn mit Herzchen und einmal ein blaues, also dunkelblaues mit Herzchen. Und einmal mit Schmetterlingen und was ist das, mit so kleinen Blümchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gekostet hat. 8 Euro minus 30%, müsst ihr euch ausrechnen. Und für Lina haben wir diesen Overall mitgenommen. Der kostet eigentlich 15 Euro, aber mit 30% haben wir natürlich weniger bezahlt. Insgesamt haben wir 21 Euro, 22 Euro ungefähr bezahlt. Also nur dafür haben wir fast 10,50 Euro bezahlt. Und ich finde das ein mega Preis. Und der ist so kuschelig. Und was ich total gut finde, man kann die Hände entweder so zumachen oder auflassen. Ja, das ist Größe 62. Kleiner gab es nicht, aber ich finde 62 ganz okay. Bei N56 haben wir ja eins. Ja, bekommt jetzt auch nichts mehr. Aber sowas wollte ich auf jeden Fall kaufen, weil Linas Wein weiß und der hat jetzt so einen Graustrich von vielen Blaschen. Und schaut mal die Ohren. Und innen ist das auch total schön. Das sieht richtig aus wie so ein kleiner Bär. Lina meinte direkt, das ist meins, das ist meins. Oh Mann. Ja, aber Lina hat auf jeden Fall Strumpfhosen gebraucht. Und die sind jetzt natürlich perfekt. Ne, Lina, guck mal, jetzt hast du Strumpfhosen. Jetzt kannst du Kleider anziehen, ne? Nein. Nein? Warum nein? So, ihr Lieben, ich habe jetzt gekocht und ich bin, ich habe echt mit meiner ganzen Kraft gekocht. Ich kann nicht mehr, also ich kann kaum stehen. Mein Bauch ist sehr, 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 sehr hart geworden. Lina hat jetzt die Vaggon mehr gegessen. Hast du noch Hunger? Sie wollte aber draußen unbedingt Pommes, deswegen bringt er auch der Dir jetzt Pommes mit. Wenn er es nicht vergisst. Er kommt nämlich jetzt nach Hause, er warnt seinen Freunden draußen. Also im Laden. Ja, ich wollte euch mal zeigen, was ich gekocht habe. Ich glaube, ich habe euch das Rezept mal gezeigt. Aber ich weiß nicht, ob das noch online ist auf YouTube. Ihr wisst, ich habe voll viele Videos gelasht. Auf jeden Fall geht es bei uns Reis mit Kalne Rık. Also gefüllten Auberginen mit Hackfleisch. Ich muss unseren Backofen jetzt bald reinigen. Ja, man sieht das jetzt nicht so gut. Ich zeige euch das mal. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich lasse es jetzt auch noch drin an, bis Auberg kommt. Und dann essen wir. Also ich esse nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Und Lina ist auch total zickig. Sie hat ihre Spielzeiten nicht aufgeräumt. Ja, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen sauer. Ich habe jetzt ihre Legos aufgeräumt. Und die Legos dann hochgestellt. Du darfst sie damit halt zwei Tage nicht spielen. Hat sie Pesch. Wenn man nicht aufräumen kann, dann darf man auch nicht spielen. Ne? Ja, meine Bausteine sind jetzt weg. Ich habe die jetzt hochgetan. Du darfst auch nicht mehr damit spielen. Ja, ihr Lieben. Ich wollte auf jeden Fall noch kurz was zu den Nahrungsergänzungsmitteln sagen. Und zwar, wir nehmen das hier jetzt schon seit 14 Tagen. Nina ist gerade ein bisschen genervt, weil sie mit ihrem Papa telefoniert hat. Und sie hat aus Versehen aufgelegt. Dann hat sie angerufen, war sein Handy aus. Ist doch nicht schlimm. Baba kommt jetzt, okay? Was denn nein? Baba, bitte. Baba kommt jetzt an den. Nein, Baba, bitte. Genau, ich wollte kurz was zu den Nahrungsergänzungsmitteln sagen. Wir nehmen das hier jetzt schon seit 14, 15 Tagen oder so. Seitdem es da ist. Ich weiß gar nicht, wann ist das angekommen. Auf jeden Fall nehmen wir das wirklich schon eine ganze Weile. Und ich sage das wirklich jetzt vom ganzen Herzen. Also mein... Ich bin ein sehr, sehr vergesslicher Mensch gewesen. In meiner Schwangerschaft vor allem. Und seitdem ich diese Tabletten nehme, ist es viel, viel besser geworden. Und ich kann das wirklich jedem nur raten. Und was ich noch krasser finde, also wir haben jetzt einen neuen Rabattcode bekommen. Und zwar gibt es auf die ersten beiden Boxen 25% statt 20%. Das heißt, statt Zaid20 müsst ihr Zaid25 schreiben. Weil ich verlinke euch das ja alles sowieso. Also ich blende euch das ein. Und unten in der Infobox ist eh alles nochmal verlinkt. Genau. Ja, aber der nimmt das auch. Und er redet auch nur positiv darüber. Also der hat auch schon die Hälfte der Verpackung, glaube ich, genommen. Ja, der hat ja einen Tag später, als ich angefangen. Und ich kann es nur empfehlen. Macht einfach die Umfrage und guckt euch an, was für Nahrungsergänzungsmittel ihr nehmen solltet. Und dann kriegt ihr, wie gesagt, auch die 25% auf die ersten beiden Boxen statt 20%. Und das ist echt eine Menge. Das heißt, wenn ihr zwei Boxen habt, dann habt ihr schon die Hälfte gespart. Also wenn ihr zwei Boxen hintereinander bestellt. Ja, was noch? Der Gutschein ist pro Person einmal einlösbar. Aber ihr könnt jetzt natürlich, wenn der Mann einen Gutschein einlösen will, kann er das natürlich auch. Und die Frau kann auch einen Gutschein einlösen. Das ist jetzt gar kein Problem. Ja, und sonst, was kann ich da noch sagen? Also wir sind sehr zufrieden. Die haben auch einen Kundenservice, wo du jederzeit Fragen stellen kannst. Okay, ich helfe dir jetzt sofort. Ja, warte kurz. Die haben auch einen Kundenservice, die dich dann anschreiben per E-Mail, wo du Fragen stellen kannst. Und also wirklich, ich habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht innerhalb zwei Wochen. Deswegen berichte ich euch jetzt auch. Ich habe gesagt, ich werde die Tabletten nehmen und euch auch darüber berichten. Und die Umfrage am Anfang ist ja auch mit der Frage, ob man jetzt gerade schwanger ist, ob man gerade stillt oder irgend sonst was. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil dann kann abgestuft werden, okay, die Dame ist schwanger und darf von diesem Nahrungsergänzungsmittel das und das nehmen und das und das nicht. Deswegen finde ich das top und ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Wie gesagt, macht die Umfrage einfach. Ihr werdet durch die Fragen merken, dass sie das wirklich, also dass sie das sehr zu Herzen nehmen, dass es euch besser geht in der Zukunft. Und ich fühle mich wirklich besser. Klar, ich bin müde, aber das durch die Schwangerschaft. Ich sehe kaputt aus ohne Schminke, auch das durch die Schwangerschaft. Und ihr wisst, ich will momentan auch kein Eisen zu mir nehmen, weil ich Verstopfungen habe sonst. Genau, deswegen nehme ich sonst neben den Nahrungsergänzungsmitteln nur Magnesium ein. Das muss ich jetzt auch langsam, damit muss ich langsam auch aufhören, weil ich weiß noch, ab der 37. Schwangerschaftswoche sollte ich damit aufhören und mit Himbeerblüten, Himbeerblätterblütentee anfangen, genau. Das hat damals meine Hebamme gesagt. Ja, genau. Ich gucke mal, ob ich heute das Video mit Autor drehen kann, dieses Fragen- und Antworten-Video. Ich hoffe, das kackt, weil ich lege Nina jetzt gleich schlafen, ne? Du gehst gleich schlafen. Und du hast Kacka gemacht. Ja, du hast Kacka gemacht. Und ja, sonst gibt es nichts zu erzählen. Ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Mir ist es nur wichtig gewesen, dass ihr ein Feedback von mir habt. Und nein, das ist keine gekaufte Meinung. Ich schwöre es bei Gott. Macht man das so? Oder macht man so? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und danke für die ganzen Nachrichten wegen dem Kaiserschnitts-Video. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Tschüss. Ja, Schatz. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020